Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion begrüßt es durchaus, dass in dieser Vorlage Elemente enthalten sind, die tatsächlich angelegt sind, aber auch den Straßenraum leuzen Parteien und tatsächlich auch den Raum für den Radverkehr und letztendlich damit auch den Fußverkehr zu erweitern, denn es ist diese Rückeroberung des öffentlichen Raums, die tatsächlich nötig und überfällt. Gleichwohl können wir nicht wohin, tatsächlich die Begrenztheit der Mittel hier anzusprechen. Das ist nun mal einfach der Punkt. Und da Herr Gröling, meiner Fraktionskollegin, eben unterstellt hat, sie könne diese Vorlage nicht lesen oder wir könnten diese Vorlage nicht lesen, gehen wir es doch einfach nochmal durch. 2020 wird es 750.000 Euro zusätzlich geben. 2021 sind es dann eine Million zusätzlich. 2022 1,25 Millionen zusätzlich. 2023 1,5 Millionen zusätzlich. Und 2024 2 Millionen Euro zusätzlich. Dann unterstellen Sie als Grundlage 3 Millionen, die jedes Jahr bereits jetzt für den Radverkehr ausgegeben wird. Eine Zahl, über die wir bereits mehrfach gesprochen haben. Und ich verweise nochmal darauf, was vor über einem Jahr, wo Herr Stockler dazu gesagt hat, der gesagt hat, man wisse es eben nicht genau sein, zwischen 10 und 30 Prozent aller Maßnahmen, die für den Radverkehr letztendlich veranschlagt sein. Und das könne man so eben nicht sagen. Daraus hat dann später, wurde dann gebastelt die Zahl von 3 Millionen, aber die ist rein hypothetisch und wir gehen davon aus, dass es deutlich weniger ist. Wir werden es hoffentlich 2021 erfahren, wenn wir tatsächlich die Einführung des Produkthaushalts haben. Aber momentan ist das eine Propagandazahl, die hier kursiert und das muss man dann einfach mal zurückweisen. Darüber hinaus, wenn Sie davon ausgehen, dass, wie gesagt, immer angestrebt wird. Das ist die Formulierung. Und wenn Sie davon ausgehen, dass 9 Millionen 2024 insgesamt für den Radverkehr zur Verfügung stehen könnten, dann kalkulieren Sie aber offensichtlich 4 Millionen Euro an Fördermitteln ein. Und niemand hat uns bisher mal klar gesagt, woher die eigentlich kommen sollen und wie Sie den Optimismus herlegen, dass diese Fördermittel in dieser Höhe tatsächlich auch zur Verfügung stehen. Das ist auch eine rein hypothetische Zahl. Ich bitte Sie doch einfach mal darum, dass wir mit Tatsachen operieren und nicht mit irgendwelchen Phantomzahlen. Das ist der Punkt. Danke.